Nintendo Game Freak Sterne Pokémon Rote Edition 1995 bis 1999 Game Freak In Connection Ja, klar, klar, klar Yep, Pokémon Das aller tolle neue Spiel Spielen Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon Mein Name ist Eric Man nennt mich den Pokémon Professor Hallo, warum? Dieser Welt wird von Wesen gewohnt, die man Pokémon nennt Für manche Leute sind Pokémon aus der anderen tragen Kämpfe mit ihnen aus Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon Wie lautet dein Name? Was hat immer w w Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 im Fernsehen läuft ein Film vier Jungen laufen ein Warnfleisch entlang den Film kenne ich schon ich mache mich besser auf dem Weg Pokémon ja gut ähm ja stimmt ja ich wollte ja sagen ich werde alle Pokémon Teile läppelt auch warte das ist Pokémon rot Pokémon blau obwohl es das gleiche ist aber hat einen anderen Namen und deswegen werde ich das auch lp und ich hab alle Spiele alle Pokémon Spiele ja deswegen Mutter richtig irgendwann gehen alle Jungen fort um ein Abenteuer zu erleben Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt Hallo Michael Choco Opa wartet in Opa's Labor in 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 nachher kein Plan wie man den Sound richtig einrichtet also ja ist geil Choco hallo Michael Opa ist gerade nicht da die hier ist auch ein D D D D D D komm erfolge mir nein ich will nicht folgen nein Mama nein nein das ist ein Pädobär er will mich vergewaltigen Chocoboppa ich weiß nicht genau schon Opa ich will nicht länger warten Chocobo lass mich nachdenken ja richtig ihr solltet ja hier kommen wartet einen Moment hier mich dort liegen 3 Pokémon oh mein Gott ha 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 sie befinden sich in den Pokéwellen oh mein Gott in meiner Jugend war ich ein eng 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 jetzt da ich alt bin habe ich nur 3 Pokémon übrig aber ich habe gebe ihr eines ab Wähler Chocobo halt Opa und was ist mit dir wofür sei ah hab ich ein wenig geduld Choco auch du sollst eines bekommen du du dumm du dumm du dumm du dumm du dumm Oops dieser dieser könnte mir helfen bei Schneider bei Surfer bei dieser bin ich nehme Schig ist aber eigentlich ich will nicht alle haben Minikröte oh mein Gott Energie geladen Michael erhält Shiggy Möchtest du Shiggy einen Spitz nah geben nicht dumm oder so ich nehme dieses hier es ist voll umfällig das ist umfällig der kriegt ein Pokémon der was richtig gut gegen meins ist aber für das Pokémontreffs kann sein Pokémon dagegen kämpfen ja interessant Shokomein Pokémon sieht viel stärker aus wollen wir es testen oh mein Gott Shokomein warte Michael lass uns lass uns unseren Pokémon testen komm schon komm schon ich fordere dich nach raus komm 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 Oh mein Gott, meine Ohren! Ah, ich bin kein Fan von Verteidigung, Schwächen und Angriff, ja, tatsächlich. Ich bin kein Fan von Verteidigung, ich bin kein Fan von Verteidigung, ich bin kein Fan von Verteidigung, ich bin kein Fan von Verteidigung. Dum 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 Kannst wenigstens... Ah, was ist das? Dum 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 habe Brotten und mich hält du solltest eine kurze Pause einlegen sehr gut du du und deine Pokémon gehen großartig aus achte auf dich ich werde selbstmord machen gerne nehme ich mit Kohle aus Lauf und mich töten lässt ein wildes Taubsee Zeige und ich weiß nicht ich welche drei Pokémon nicht unbedingt fangen werde erstes Apollo zweites Nebula drittes gängiger ich liebe diese drei Punkte und die sind zu weh aber erstmal muss ich zurück ich weiß nicht vielleicht muss ich noch mit dem Professor labern so Quark und Quatschen oder hahn nein ich weiß nicht nein ich hab die Teile lange nicht mehr gezockt du 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 Dum, 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 dum geht's Scheke, cry Okay. Okay. Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Tipps für Trainer. Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte AP limitiert. Um die AP wieder auszufüllen musst du die Pokémon in einem Pokémon-Center zu bringen. Nicht so hier steht, äh, Ranius, der Tarnia City. Erstmal muss ich gucken, was das wird. Achso, dass das hier das soll. Pokémon-Center. Ich brauch einen Pokémon. Ach, was soll ich sein? Dumm, dumm, dumm. Deine Pokémon und machen sich wieder fit. Heilen. Dumm, dumm, dumm. Pokémart Hey, kommst du aus Alabastia? Nein Professor ist schick Dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen Holst du, oder? Paket für ihn ab Kannst du nicht Schoko machen? Kann ich wenigstens selbst einkaufen Ja, grüß den Professor von mir So, das Geschenk gebe ich dann beim nächsten Part auf Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder bei Pokémon Edition Ok, das muss ich speichern Und Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Edition Tschüss 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 Tschüss